Also ich wünsche zunächst mal allen Athleten bei den Olympischen Spielen in China alles Gute, viel Erfolg. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Ihre Leistungen, für die Sie über viele, viele Jahre trainiert haben, auch dort in China unter Beweis stellen können. Und ich wünsche den Olympischen Spielen einen guten und friedlichen Verlauf. Einige Leute haben versucht, was Sie gesehen haben. Erinnern Sie, was Sie gesehen haben. Sie haben nicht zu lassen, was Sie sehen. Es war wunderschön. Und die Winter Olympics werden wunderschön. Und einige Leute werden versuchen, zu verabschieden Ihre Vision. Nicht zu lassen, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit verabschieden können. Das ist ein Welt, das manchmal kräftig ist, und die Leute werden versuchen, die Winter Olympics zu verabschieden. Just genihe sie. Nicht zu lassen, dass sie es tun. Sie und ich erinnern, die wunderschöne Opening Ceremonie. All diese wunderschöne Drammen. Sie haben all die spectaculation. Ich freue mich sehr, dass diese Spiele, die unter sehr schwierigen Situationen sind. In der Mitte einer Pandemie, in der Menschen noch nicht können, die Idee der Olympischen Spiele war, dass die Menschen der Welt zusammenkommen, dass sie sich zusammenkennen. Aber sie tun das in eine peacefulen Situation. Ich bin nicht ein Freund von politischen Spiele. Natürlich nicht die Olympischen Spiele. Ich bin nicht froh. Aber ist es so, denn, die sie zuerst. Aber das ist rein. Untertitelung des ZDF, 2020